Hallo, ich bin Pascal. Ich mache KV-Lehr bei Landi-Bachtel. Ich zeige dir heute meinen Lehrbetrieb. Es ist sehr familiär bei Landi-Bachtel. Man kennt sich untereinander und man bekommt auch Verantwortung, was sehr toll ist. Als ich das erste Mal das Telefon abgenommen habe, da war ich schon sehr nervös. Aber mit der Zeit kommt man super rein und jetzt habe ich keine Probleme damit. Bei uns in der Lehre wechseln wir alle halbe Jahre die Abteilungen, z.B. die Finanzabteilung, Immobilienabteilung usw. Was ich auch toll finde, ist, dass man im dritten Lehrjahr auch verantwortlich für Marketing und all diese Sponsoring-Anfragen ist. Was auch cool bei uns in der Lehre ist, dass man im Laden eine gewisse Zeit lang arbeiten darf und auch mit dem Chauffeur mitfahren, der die Kunden beliefert. Wir lernen, wir haben sechs Wochen Ferien im Jahr, wir haben auch einen Einkaufsrappot und wir bekommen einen Bonus für gute Zeugnisnoten. Hast du Lust auf ein familiäres Umfeld, eine Abwechslung in einem coolen und nicht 0815-Unternehmen? Dann bewirb dich doch jetzt bei der Landi-Bachtel.